So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Bin wieder spät dran mit den Sommerdüften. Nichtsdestotrotz, offiziell haben wir ja noch Frühling, ne? Also von dem her geht's heute damit los. Der erste Teil wird bestimmt nochmal irgendwie eine Fortsetzung davon geben, weil es ist ja auch immer so ein gewisses, ja, endloses Thema und es gibt auch immer viele Wiederholungen. Ich habe aber versucht, neue Sachen reinzubringen, also auf jeden Fall neue in meiner Sammlung, aber auch neue Releases. Dementsprechend fangen wir gleich mal an. Es ist eigentlich, würde ich behaupten, bunt gemischt. Es ist recht unisex. Von dem her für alle was dabei, ganz klar. Und auch für jeden Geschmack. Wir fangen mal an mit so einem wirklichen DNA-technischen Klassiker, der Nio von Sajos arbeitet mit vielen Neroli. Die hat immer so dieses, für mich ist es immer so zitrisch, weich, sauber. Also wenn ihr Neroli riecht, das habt ihr so voll im Kopf. Hat so dieses, ja, bisschen kölnisch Wasserweib, so diese Ecke. Also eine sehr, nennen wir es mal, zeitlose, klassische, klassische Art von Duft. Gerade so helles Polo, vielleicht auch sowas, wie ich jetzt anhabe. So in die Ecke geht es auf jeden Fall. Also finde ich vom Vibe her, was man tragen kann dazu. Also ich finde es tatsächlich auch eher eine maskuline Note. In dem Fall jetzt, also assoziiert man eher so Männern, würde ich behaupten. Nichtsdestotrotz, also finde ich jetzt der Nio, gerade weil er so weich und sanft ist und das Ganze so angenehm und frisch rüberbringt, finde ich es eigentlich recht unisex, was Neroli angeht. Nichtsdestotrotz, geiler Sommerduft, hält gut. Wie gesagt, greift so diese typische, typische Neroli, dieses, ja, fast schon diesen italienischen Flair einfach sehr, sehr gut auf. Finde ihn einfach so den angenehmsten aus dieser Shootingstagsreihe, der mit Neroli arbeitet. Es sind ja einige dabei, aber der hier ist so wirklich der sanfteste und einfachst zu tragende in dem Fall. Jo, jetzt geht es weiter mit der gleichen Marke. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so gut aufgestellt mit frischen Düften. Tatsächlich, ja, tendenziell bin ich mehr so im orientalischen Bereich nur angesiedelt. Aber ich habe tatsächlich die meisten frischen Düfte von Sertjof. Also sonst eher hier und da mal einen, aber davon sind es doch einige. Also das hier ist der Torino 21, ist ja, ja, letztes Jahr erst, letztes Jahr, Anfang dieses Jahres. Rausgekommen, ich verlinke euch auch gerne nochmal irgendwo hier oben oder da. Die Haustür dazu, könnt ihr nochmal reinschauen, nochmal ein bisschen detaillierter vielleicht das Ganze angucken. Also auch das hier, super, super toller Sommerduft. Ein bisschen würzig, kräutrig, sage ich mal. Sehr zietrisch, spritzig gleichzeitig, hat so ein paar grünliche Elemente. Ich finde es ein recht linearen Duft tatsächlich. Also so viel Wandlung oder so viel passiert hier eigentlich nicht. Aber es sind einfach so viele Sachen, die so zusammenspielen. Eine ausgeprägte Minze, jetzt kriegt man es nochmal. Also man muss schon so auf so etwas, fast schon leicht prickelndes auf der Haut ein bisschen stehen. Ich finde ihn auch unisex tatsächlich. Also trotz dieser, ja wie gesagt, grünen Elemente und so weiter. Krasse Performance. Also ich finde ihn ziemlich stark, mein Sommerduft. Dafür ist er echt, hat er echt Power. Ist sehr, sehr schön. Und ja, gut, nicht ganz günstig, gut der Nioh auch nicht. Das ist halt immer das Thema bei der Marke. Das sind echt teure Düfte. Also für 50 Milliliter um die 200 Euro beim einen wäre, beim anderen weniger. Ist echt, echt krass. Also das muss man schon wissen. Aber Torino finde ich auch ein super, super genialer Sommerduft. Auch ein bisschen hauchklassischer gehalten, so von der Art her. Ansonsten wäre ein bisschen auf eine einfachere Citrus, Citrus, Limettenfokussidre-Version steht. Der solltet ihr vielleicht den Renaissance angucken, weil da kriegt man bis ungefähr gleiche Geld im doppelten Inhalt. Jetzt geht es weiter mit Kokos. Also, wer darauf steht. Da habe ich einiges. Aber ich habe viele so Kokosdüfte und so ein Kram. Ich zeige mal einen, den ich mit Abstand den besten finde. Ist allerdings gleich etwas schwerer zu finden bei uns. Der heißt Oracle von dem Papa Verum Parfums. Und die haben einen Online-Shop. Müssten auch nach Deutschland schicken. Aber vertrieben werden die, soviel ich weiß, in Deutschland nicht vor Ort. Also das ist echt heftig. Also A ist das Ding krass. Also wirklich krass, krass, krass stark. Also fast schon too much, muss man ehrlich sagen. Aber ich kriege halt die reinsten Pinaculada-Vibes. Ich kriege auch irgendwie so einen Hauch Pfirsich. Irgendwie sowas kriege ich noch durch. Also diese zwei Elemente. Mega, mega in your face. Und gibt einfach so Strand-Bar-Vibes. Also gerade abends im Sommer weggehen und den Duft und irgendwie was trinken gehen oder so. Puh, Hammer. Also wirklich Hammer. Bisschen schicker angezogen. Genial. Also jeder, der den Duft probiert hat, der ist einfach nur umgehauen und geflasht davon. Also tatsächlich würde ich ihn als Unisex einkategorisieren. Vielleicht einen Hauch ins Feminen. Wobei, nicht unbedingt. Aber wenn ihr da eine Möglichkeit habt, den zu finden, krass. Also wirklich sehr, sehr geil. War auch preislich attraktiv. Ich habe den, glaube ich, im Urlaub mal gekauft. Ja, müsste so sein. Mega. Also wirklich mega. Und wer vielleicht auf eine, ja, einfache, ältliche Variante steht. Hier der Maribu, Party in the Bay. Die bessere Version vom Virgin Island Water von Creed. Und, also, auch hier viel Rum und Kokos. Geht nochmal in eine andere Richtung, wie jetzt der gerade, der hier jetzt auf jeden Fall nochmal etwas Alkoholfokussiert hat. Sag ich jetzt einfach mal. Aber auch das hier, brutal stark, das Ding. Gerade so für den Sommer, fast auch wieder ein bisschen too much, je nachdem. Aber ähnliche Setting, ähnliche Anwendung. Ich finde ihn, vielleicht den hier, tendenziell eher ins Maskulin durch diese starke Rum-Note. Also, die er noch mit drin hat. Aber beides grandiose Kokos-Düfte. Jetzt kommen wir zu einer tatsächlich wesentlich, wesentlich günstigeren Alternative zum Midsummer-Tream. von Roger Paffas, was ja ein wirklich Heller-Duft ist, muss man ja ehrlich sagen. Aber, das hier ist der Stockholm 1978, 1978. Das ist eine US-Marke hier, Wilhelm. Der Duft hat, ja, er geht sehr, sehr, sehr stark, wie gesagt, in diese Midsummer-Richtung. Vielleicht etwas einfacher, nicht ganz so interessant verwoben, könnte man es sagen. Aber anfangs so ein bisschen, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Sauna-Aufguss, der einen so richtig ins Leben holt, die da tatsächlich einen kleinen Kick gibt. Und dann haben wir auch diesen, ja, ganz schwierig zu beschreiben, diesen zitrisch-blumig-umwobenen, leichten, angenehmen Hauch, den auch der Midsummer-Dream eben hat. Nur kostet der Duft halt ungefähr ein Drittel vom Preis. Und ist vielleicht auch ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, besser in der Performance. Wobei, das schenkt sich, glaube ich, nicht. Aber eben, angefangen ist eben diesen leichten, interessanten, auflebenden Sauna-Aufguss. Gepaart einfach dann mit dieser zitrisch-blumigen, ganz so einer weichen, luftigen Art. Sehr, sehr schön, wirklich, also, ich habe den so oft jetzt schon getragen. Auch einfach so, wenn man mal nicht weiß, ne, braun, frischen Duft, zack, der geht immer. Auch hier völliger Unisex-Duft, also ist hier da gar keine Probleme, den auszutauschen. Ja, kein Ding. Solltet ihr euch vielleicht mal näher anschauen, finde ich genial für den Sommer. Der letzte ist wahrscheinlich der leichteste und sauberste und frischeste. Das ist der Note, die Yuzu von Heli. Tatsächlich habe ich den Duft erst circa drei Wochen, vier Wochen in der Sammlung. Ja, recht neu entdeckt, hat mir überhaupt nichts gesagt, die Marke, aber ich glaube, viele von euch kennt es tatsächlich. Ja, wie der Name schon sagt, mal nicht diese typische Bergamotten-Frische, sondern hier, ja, Yuzu im Kopf, nun ja. Ja, also es riecht schon sehr, sehr stark nach einer extrem intensiven Crepefruit. Also wer den Light Blue Forever kennt, der hat hier so eine gewisse Idee, wie der hier auch riecht. Nur halt wesentlich, wesentlich hochwertiger und nicht nur so Kopfnotenblenderisch, sage ich das einfach mal. Also wie gesagt, dieses sehr intensiv, spritzig, fast schon ein bisschen bittere, wie so eine eben extrem, ja, starke Crepefruit einfach. So diese Richtung geht, dieser Kopf, der sich eigentlich auch sehr, 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 sehr lange hält, muss man echt sagen. Beziehungsweise eigentlich fast bis zum Ende, natürlich, das schwächt sich alles bis hin ab. Und ich finde, so weiter folgend, wird der Duft einfach, ja, so ein bisschen sauber, frisch. Ich finde, man kriegt so einen, wie soll ich sagen, leicht holzig frischen, leicht moschus frischen Touch noch mit rein. So diese Ecke geht es auf jeden Fall. Aber einfach so ein angenehmer und vor allem am Anfang sehr spritzig belebender Duft, der einfach dann super leicht und sauber wirkt. Also gerade Sommer, wenn man helle Klamotten anhat, was weißes auf jeden Fall, es ist wirklich heißes, dann glaube ich, ist der perfekt, weil er, ja, fast vielleicht sogar ein bisschen was Kühlendes noch mit sich bringt. Also geniales Ding, hat 130 Euro pro Milliliter gekostet, finde ich super in Ordnung für so einen Nischenluft. Zur Steuer war es gut, da habe ich ja mal meine Bedenken, aber das können ja viele tausend Euro Marken nicht. Dementsprechend, cooles Teil, hat mir extrem, extrem gut getaugt, auch Performance war dafür sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Also mehr als ausreichend für den Sommerduft. Also damit kommt man schon gut über die Runden, über den Tag, wenn es wirklich warm ist. Müsst ihr euch mal angucken. Ganz klare Empfehlung, falls ihr die noch nicht kanntet. In dem Sinne, das war jetzt nochmal der erste Teil. Ich habe echt versucht, ein paar, vor allem halt bei mir neue Sachen reinzubringen, die ich noch nicht so, also noch nicht in dem Kontext gezeigt habe, so muss man es vielleicht sagen. Und nicht die üblichen Verdächtigen, die wir jedes Jahr sehen mit Lightflow Intense und Co. Also ich glaube, das wissen die Leute mittlerweile, dass man den gut im Sommer tragen kann. Aber es gibt halt auch noch andere Düfte. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.